Leute, was geht ab, Leute? Ich bin auf dem Weg zu einem Lepimentas Raid. Endlich! 3er Solo Raid, den ich damals nicht geschafft habe. Blende ich hier wahrscheinlich nochmal ein. Die leidenden Szenen. Damals, ich war nicht vorbereitet. Aber jetzt, die zweite Chance, die Revanche. Ich werde dich fertig machen. Auf geht's! Zeit, um das nochmal zu versuchen. Knappe schon. Vielleicht sollte ich noch nicht aufgeben. Aber, ich glaube nicht. Und? Und? Ah, komm, nein, Tick. Nein, Tick, verarsch mich nicht. Ah, komm, nein, Tick. Habt ihr das gesehen? So, wir sind angekommen. Nur sehe ich nirgendwo eine Stelle, wo ich euch unterstellen kann. Weil ich hier... Ja, hier ist... Ja. Bist du? Würde gehen. So. Und rein geht's. Warte, ich drehe erstmal an dem Stop. So. Ihr wisst ja, neue Ratesit am Start. Check das Video ab. Habe ich gestern hochgeladen. So. Moment, ich stehe euch mal ab. Geht das so? Naja, das geht schon so. Und der Regen stört ein bisschen. Okay. So. Es gibt keinen Wetterboost. Weder für ihn noch für uns. Ich setze ein. Meine Mewtwo. Letztes Mal war ja der Titel. 100er Mewtwo und 100er Kyogre verlieren oder sowas. So. Das ist Team Nummer 1. Und dann kommt die Kyogre. Und dann kommt ein Garados. Also die Zeit läuft ab, bevor man überhaupt zum sechsten Pokémon kommt. Oder war das so? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wieder mal schlecht vorbereitet. Aber ja. Wie gesagt. Neue Rates sind am Start. Checkt das Video auf jeden Fall ab. Und wenn ihr dieses Video hier seht. Dann ist Dienstag. Dioxys Raid Tag. Viel Glück an alle. Bei ihrem Dioxys Raid. Wer keinen hatte. Keine Einladung bekommen hat. Den viel Glück beim nächsten Mal. Checkt meine Videos ab. Dann könnt ihr mal erfolgreich triggern. So. Bin bereit. Einmal noch wischen. Okay. Auf geht's. Sollte kein Problem sein. Beim letzten Mal. Mit einem schlechten Team. Nicht voll gehalten. Unvorbereitet. Nicht mal eine Sekunde hat gefehlt. Diesmal sollte es kein Problem sein. Die Spukball Mewtwo schauen wieder rein. Ein bisschen Raupi noch. Das muss ich fangen. Auf geht's. Ich bin gehypt. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ein Zeit-Trick. Ein Zeit-Trick. Den kannte ich damals auch nicht. Mit dem Zeit-Trick hätte ich es auch geschafft. Ihr wisst ja, wenn man ein leeres Team benutzt. Dann gibt man mehr Zeit. Video habe ich gemacht. Das hätte ich auch machen können. Ja. So. Geogaball wieder. Ich erinnere mich. Das hat er beim letzten Mal glaube ich auch gehabt. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal auch erzählt habe. Wenn nicht, ist auch egal. Weil viele neue Zuschauer seitdem. Der sieht aus wie einer von Digimon. Digimon 2. Eine der DNA-Digitationen. Wenn ihr wisst, wen ich meine, sterbt es unbedingt um Tage. So. Der ist noch reingekommen. Der Shadow Ball ist noch durchgekommen. Das war jetzt. Ja, nicht ganz ein Drittel. Ein bisschen mehr als ein Drittel. Mit einem YouTube. So. Schauen wir mal. So. Das sieht aber gut aus. Das sollte kein Problem sein. Ich hoffe, der Ton ist kein Problem. Weil jetzt hat es angefangen, bisschen windig zu werden. Es könnte sein, dass ein Tropfen auf der Kamera ist. Ich hoffe, der versperrt nicht die Sicht. Ja, da. Wir sind bereits im GM-Bereich. Und das weit vor der Hälfte. Der Spupa ist auch noch durchgekommen. So. Seit dem letzten Mal bin ich stärker geworden. Jedes Mal hast du keine Chancen. Leppomentas. Und letztes Mal, ich weiß nicht, wieso das so bei mir hängen geblieben ist, habe ich ihn immer Leppomentas genommen. Und ich leppomentas. Keine Ahnung, wie ich da durchgekommen bin. Oh. Jetzt wird zeittechnisch doch wieder knapp. War eigentlich gut in der Zeit. Auf einmal... Auf einmal sinkt und sinkt und sinkt die Zeit. Oh, jetzt sieht es wieder richtig knapp aus. So. Oh mein Gott. Jetzt sieht es wieder richtig knapp aus. Ich glaube, ich schaffe es nicht, Mann. Nicht geschafft. Alter, schon wieder nicht geschafft. Was ist denn da los, Mann? Okay, ein Versuch haben wir noch. Ich muss mein Team anders aufbauen. Ihr habt meine Mewtwo's überschätzt. Überschätzt eure Mewtwo's nicht, Leute. Ich geh mit Wasser rein. Doppelkirurgeln. Tenzin. Jow, Mewtwo! So. Die zwei macht's mir lieber auf die Mewtwo. So machen wir das. Zweiter Versuch! oh mein gott so zweiter versuch ich nutze den zeitweg und nutze alles jetzt war ja ich will nicht noch eine niederlage kassieren ich glaube ich habe mich verschaut ich weiß gar nicht es sah eigentlich gut aus beim ersten versuch nach der öfter zeit war schon im gelben bereich also und los geht es war ich zeigt hier vorne schauen wir mal ja natürlich mehr rein mit doppel wasser bei der attack erst attack von gibt es natürlich nicht so top gegen repomentos schauen wir mal auch nicht der beste konnte was aber komisch wäre ach egal einfach draufhauen schauen wir mal ich halte zu viel gedanken drüber versuch nummer zwei im ersten versuch war ich überheblich schauen wir doch mal eigentlich sagen wir mal es ist richtig Und das war erst der 96er, jetzt kommt der 100er, wobei das keinen Unterschied macht, beide 15er Angriff. So, jetzt aber. Gelb ist es geworden bei 96 Sekunden. Alter, wenn das nicht reicht. Wir waren bei Mewtwo gelb mit 80 Sekunden. Okay, 80 Sekunden sind 160, sind weniger als die Hälfte. Ich dachte irgendwie, ich bin mit 160 reingekommen, aber man kommt ja mit 180 rein. Es ist auch früh, Leute, sorry. Das hat nicht verplant. Wir waren bei unserem dritten YouTube, letztens, wo der Moment, dass nur noch so wenig hatte. Und da hatten wir nur noch 30 Sekunden. Jetzt haben wir einfach 30 Sekunden mehr. Diesmal sollte es machbar sein. Das müsst ihr überleben. Ja, krass. Krass, wie viel ihr überlebt. Und dann nochmal hier rein. Bäh, Hydro-Pumpe. So. Aber jetzt, hunderte Mewtwo darf es beenden. Jetzt enttäuscht uns nicht, man. Auf einmal schafft es das doch nicht, man. Das wäre echt peinlich, Mewtwo. Aber sollte drin sein. Sollte drin sein. Hier, noch ein Spukball. Noch ein Spukball. Ja. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Alles wegen dem Mewtwo-Hype. Kyogel, Leute. Kyogel. Was hundert ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe aber schon einen. Dementsprechend. Ah, zwei Sonderbobos. Das hier nur als Abschluss. Als Trophäe. Hier. Und rein mit hier. Das war ein sehr schlechter Wurf. Dreimal wischen. So. So. Das war es von mir, Leute. Die Revanche. Der zweite Kampf gegen Lepromentus. Ich habe ihn unterschätzt. Wieder mal. Wieder mal habe ich ihn unterschätzt. Aber die Kyogel haben geregelt. Wir haben es doch noch geschafft. Wie gesagt, viel Erfolg. Bei eurem Dioxys-Rate. Heute Abend. 17 Uhr. Livestream. Wie ich meinen zweiten Dioxys hoffentlich fange. Den ersten habe ich in der Früh. Das seht ihr dann aber erst morgen. Und dann Livestream heute Abend. Oder ja. Nachmittag kommt davon, wie man es sieht. Und ja. Das war es von mir. Wenn wir mal liken, subscribe, kommentieren. Check die Ahnung nichts ab. Fucken auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Und vergesst nicht. Pokémon is serious business.